alle tage sonntag es ist wieder soweit keine busse sind da wir natürlich aber noch ersatz zelle bestellt oder nicht gestern ich muss dir sagen mit der woche bin ich bisher sehr zufrieden wir haben gut geld gemacht denke mal wir werden so knapp an die an die eine mille kommen wochen montag also ich denke mal wir können uns schon können uns schon glücklich schätzen was das angeht dass er doch so von vorteil zum vorteil von uns zum vorteil von zwei verkauf von tic gefahrkarten aber auch 180.000 geschafft das auch noch dieses telefon kommt das netz nach und meistens nach dem handy update gibt es meistens auch immer einige update machte so was schon ist mir zumindest aufgefallen wenn ich ab wenn ich handy abgedatet dann gibt es meistens auch immer einige updates für die apps heute hält sich die grenzen vier stück bisher jetzt fühlt sich das hier auf einmal mein gott gibt sie dort umsonst dann 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 Okay. Okay. Was gucken. Ich schließe 1970 Fahrten erfolgreich ab. Okay, man. Ah, ne. Mein Gott. An die Sehenswürdigkeiten hängen wir uns dann nächste Woche. Mal gucken, ob wir da. Wir müssen sowieso noch ein paar neue Linien dazu basteln. Dann wird der Tür sowieso Zeit. Okay. 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 Okay.